sonographie sonographie hört sich gefährlich an so nur ich töne davon kommt das wir kennen das vielleicht alle vom echolot echolot aus der schule nichts besonderes ein kriegsschiff damals mit einem extra lautsprecher entsprechende signale nach unten ausgestrahlt wenn die reflektiert wurden konnte man anhand der zeit die es gebraucht hat über die wellenausbreitungsgeschwindigkeit den weg ermitteln und dann konnte man entsprechend die wasserbomben einstellen und so weiter neben bei die haben damals solche knallharten impulse ausgesendet die könnte man für den menschen nicht verwenden denn fische sind damals wenn sie getroffen sind wurden von solchen energien geplatzt die mediziner interessiert er der sonograph beziehungsweise wenn ihr das wort mal us dann ist damit ultraschall gemeint und nicht united states us echograf seht dann ist das gleiche gemeint das prinzip ist eigentlich heute noch dasselbe und zwar habe ich einen hochfrequenz generator der kontinuierlich impulse aussendet und eine art zerhacker der diese diese frequenz in einzelne impulse zerhackt so muss ich sagen dann habe ich einen piezo lautsprecher piezo deswegen das ist ein kristall lautsprecher der kann das sehr gut ultraschall in diesem fall ultraschall ist ja eigentlich alles was wir menschen nicht mehr hören weil die frequenz so hoch ist aber hier nimmt man schallfrequenzen von drei megahertz also nicht bloß über 20 kilohertz sondern gleich drei megahertz leute guckt hier auch noch mal ich werde hier immer links anbringen auf die könnt ihr euch dann noch mal stürzen und dieses video wartet dann hier also diese entsprechend zerhackten frequenzen werden vom piezo lautsprecher auf den auf die körpere oberfläche gegeben werden von dort aus weitergeleitet und wenn sie auf entsprechendes organ stoßen was interessant ist dann und jetzt wird auch klar weshalb das in pausen geschieht und zerhackt in einzelne kleine signalpakete dann werden diese signalpakete entsprechend reflektiert und in der zeit wo ruhe ist also wo hier nichts gestrahlt wird kann das ding empfangen und jetzt lässt sich auch einsehen je weiter entfernt vom piezo lautsprecher ein teil des organs ist umso später strahlt es zurück und das macht man dann mit einer auswerte elektronik und monitor alles sichtbar ich muss mal sehen ob ich das noch aufkriege ein entsprechendes bild das habe ich bei wikipedia gesehen sehr schön wichtig ist allerdings dass der piezo lautsprecher dieser tastkopf über eine flüssigkeit mit dem körper verbunden wird wenn man den nur aufsetzt ist schlecht dann man hat immer leichte leichtes bisschen luft dazwischen und luft leitet den schall natürlich wesentlich schlechter gucken wir uns mal diesen piezo lautsprecher an und zwar der ist in scannern verarbeitet ein sektor scanner sektor ein ausschnitt sektore schneiden ein ausschnitt in sektor scanner der erzeugt dann auch entsprechende bilder der hat also relativ klein ist wenig kontaktfläche nötig das ist gut deswegen habe ich auch in grün geschrieben und ein linear scanner der hat dafür eine gute nahe fällt auflösung also zum beispiel knapp unter der haut das kann der sehr gut auflösen aber da hat viel kontaktfläche und dann gibt es noch eine mischform und zwar einen sogenannten konvex scanner der vereint beide vorteile ein bisschen nachteilig ist auch beim sektor scanner die relativ schlechte auflösung dafür hat man aber auch in tieferige tieferen regionen des körpers einen guten überblick diese viel kontaktfläche werden ja gesagt es ist immer schwierig den kontakt hier hinzukriegen das heißt diese viele große kontaktfläche beim drüber streichen über den körper ja die muss man dann eben mit entsprechend viel gel artigen substanzen ausgleichen so jetzt manchmal das bild leer und wird mal versuchen ob wir das von wikipedia hier hinkriegen guckt euch mal an das ist ein filtros ein baby neun monate alt ne elf wochen neun monate ja ja und das ist sogar ein film vielleicht kriegen wir den in gang und man sieht die bewegungen also ich werde jetzt hier ein bisschen näher ran hier sieht man das baby hier der kopf hier die extremitäten wunderschön und das ist eigentlich jetzt für die frauen vielleicht schon gar nicht mehr so interessant aber für die männer ich weiß nicht ob die jungen männer schon alle väter sind und dann das alles mit betrachten können heute ist es ja mittlerweile möglich schon mal zu gucken na wie sieht es denn aus was wird es denn lassen wir jetzt mal weg das übrigens nicht meine maus hier so während ich noch rede ich werde jetzt hier wie gesagt hier oben sind die ganze zeit links sichtbar ihr könnt das video dementsprechend dann anhalten dadurch dass ihr auf die links klickt dieses video wartet dann hier und jetzt zum schluss werde ich auch links anfügen hier läuft übrigens weiter guckt bei wikipedia nach sonographie glaube ich da lässt sich das alles schön betrachten dann ich wünsche euch was und auch ein bisschen freude an diesem letzten teil des videos es ist doch immer wieder erstaunlich ne ja also bis denn tschüss